Ja, wir speichern ruhig ab. Du brauchst immer noch ein Ei, ne? Ja, ein Papadoui. Papadoui. Da hängt die Papo vor. Hol sie dir. Bisherweise, vorhin sind wir lang gelaufen. Ich habe das Ei oben gesehen, das liegt, glaube ich, hier auf dem Ding drauf. Meine Oberwurtschrauben verlassen. Verlasse mich nie. Eine Oberwurtschrauben. Was ist mit ihr, Junge? Die fehlt ein Fisch, glaube ich, noch, ne? Wann hast du drei Fische? Es waren drei Fische. Ja, es waren drei Fische. Da hätt ich mich sehen. Das war das Gute, die Grafik ist wirklich gestochen scharf hier am PC. Ich meine, 480p oder so damals, da hat man so ein Fisch hierhin bestimmt nicht gesehen. Wenn du Glück hast, hast du da so ein Viertelpixel durchlaufen sehen. Aber jetzt? Viertelpixel. Ich meine, das Spiel ist 19 Jahre alt und sieht immer noch geil aus als die meisten Games, die heute rauskommen. Ja. Ja. Nur eckig. Also dafür, dass das 19 Jahre alt ist. Die Werte ist die Menge hier. Ich meine für Leute, die sich da auskennen. Die ist gering, aber es ist halt trotzdem nicht hässlich. Er ist hässlich. Aber es liegt nicht an der Qualität. Ich muss mich ein bisschen ärgern. Ich muss mich ein bisschen ärgern. Anscheinend ist das ja mal ein... Privale. Ja genau. Aber geh mal hier hoch. Vorhin habe ich es nicht gemacht, weil... Ich weiß noch damals, das war immer nicht so gesund. Nein. Malzen verscheidest du hier schon. Mit hängig herum. Bist du hier öfter? Haha. Was ist das da? Wie hat sich der Level-Designer gedacht? Wir machen hier richtig geil das Ambiente, in dem wir einen einzigen Seeständen passen. Ein Seeständen. Ne, was ich wirklich gut aus, aber es hätte ein paar mehr sein können. Das hier, ich mache eine Kette aus Thalassa-Muscheln. Die Seeleute haben früher immer Thalassa-Muscheln getragen. Man glaubt ihr, dass sie vor Gefahren auf See schützen. Siehst du das? Ey, da fehlt nur einer. Selbst wenn einer von uns unterwegs verloren geht, finden wir uns so immer. Wir drei werden immer zusammen sein. Danke, Sora. Ich habe heute auch etwas gefunden. Hier, das gehört dir. Wieder eine High Potion? Jawoll! Die findet immer High Potion. Müde? Machen wir Schluss für heute? Ja, ich mache Schluss mit dir. Äh, so gehen wir heim, meine ich. Also morgen ist der große Tag. Wir sollten uns ausruhen. Wie ist das, Riku? Einen Sie? Ja. Du bist gut aus? Ja. Du bist gut aus? Wir Buyen uns nicht die Racken und gehen. Nur die zwei von uns! Huh? Haha, nur auf einen. Was hat dich geflogen? Du bist der andere, die geflogen hat, Kairi? Vielleicht. Du weißt, ich war ein bisschen Angst vorerst, aber jetzt bin ich bereit. Kein Problem, wo ich gehe oder was ich sehe, ich weiß, dass ich hier immer wieder zurückkomme. Genau? Ja, natürlich. Das ist gut. Das ist gut. Sora, nicht mehr verändern. Hä? Ich kann nur noch warten, wenn ich auf die Zähle setze, wird es gut sein. Das bedeutet großes Unheil. Ich verlasse euch ungern, aber ich muss der Sache nachgehen. Es gibt jemanden mit einem Schlüssel, dem Schlüssel für unser Überleben. Du und Goofy müsst ihn finden und bei ihm bleiben. Verstanden? Ohne den Schlüssel sind wir verloren. Geht zur Stadt Traverse und sucht Leon. Er wird euch den richtigen Weg weisen. Wow! Da ist eine Handstandpizza! P.S. Entschuldigst du mich bei Mini? Danke, mein Freund. Thea, 1000-Bits gespendet! Danke dafür! Liebe Güte! Was hat das zu bedeuten? Es bedeutet, wir müssen nur den König vertrauen. Er hat die Handstandpizza gesehen. Gosh! Donauwetter! Wir müssen den König finden in der Handstand! Danke! Beide von euch! Danke! Beide von euch! Kannst du dich um sie kommen? Natürlich! Beide von euch jetzt! Beide von euch! Oh! Und um deine Reise zu chronischen, wird er dich umgekommen. Hä? Wo ist der? Hier! Warum ist eigentlich eine Tüte? Ein Stück Holz mit Augen dachtig. Das war ganz komisch aus, ich weiß nicht. Guck mal, wir gleich nochmal. Das Stück Holz sehen mit Augen. Und dann, selbst er steht da, warum? Willkommst du mit? Perfekt. Donnerwetter klingt auf deutsch viel cooler den Weltordner auch auf englisch machte die vier willkommen wie geht's wie stets die handstand pizza ist ja schon gesehen ich wollte ich sowieso fragen dass du von der handstand pizza hält und das sieht man die pizza eigentlich wo naja unter den eigens ich sehe den bei den mann bitte lass das nicht sein wie bei t der konnte nämlich zum beispiel da muss man richtig viel arbeit machen dass das endlich bekommen hat aber ich bin erst mal aber auch nicht ich muss sagen ich habe also bei mir war sie einfach unsichtbar nur ich konnte ich war benutzer über unsichtbar ich konnte die sehen nachdem ich einmal vorstattet natürlich typisch das ist auch cool geworden ja das sollte hoffentlich teilweise freuen das sieht sehr ähnlich zu dem aus was er sonst immer benutzt ich hoffe also gefällt das mit mit dem evoli egal werde ich eh 100 jahren ja ich glaube auch nicht dass wir die dass jeder also dass überhaupt viele zu den 50.000 sind das 50.000 ich habe schon 50.000 bild für den handstand pizza da sehe ich aber aber das herz mit evoli da kommt kerry bestimmt noch bald hin ja 26000 oha guck mal bitte ja ich bin aber auf jeden fall zu hause das hat man bis dahin gar nicht gemerkt habe ich da viel aus holz geschnitten habe ich lange habe ich ja klar so ein werkzeiten kind immer hast du es gesehen eine missgabe ja und habe gleich solche wale zu jagen als ob und was ich bis heute noch verwirrend finde er sieht die insel von seinem schlafen fenster aus aber andersrum siehst du dass das nix da ist aber okay wir müssen gucken wo ich finde ich treffen das funktioniert holz nicht in meinem schild von vorhin geht das dann habe ich aber das hast du ja auch nicht da ist rief wo ist rief wo ist rief wo steht da hinten steht da und warum ist er doof oder so ist er doof oder so ja halt stopp nein der labert scheiße wird wieder klebstoff geschnüffelt oder schlimmer als klebstoff er tritt in einer fütze aus dunkelheit nein ich auch nein wir beide nein ich komme nicht jetzt werden wir beide oder dunkelheit verschlungen er grinst dabei noch so glücklich und kairi haben wir auch nicht gesehen das schlüsselschwert das schlüsselschwert jetzt können wir die dinger hier verbraucht das richtige werkzeug natürlich schlüssel jeder weiß das geister und dunkle gestalten kann man mit schlüssel verbrügel dann habe ich den anderen spielen ja demnächst müssen wir fass mal mit dem schlüsselschwert einfach mal ausprobieren würde ich sagen aber das sieht aus als wenn ich mal nachbauen was machst du doch ich habe gerade nie gesagt ja aber wir aufdauern ich war gerade so hält ich glaube es liegt daran ich habe gemerkt also zumindest wegen dem feststecken wenn ich meinen controller nur 99 prozent durch mache also dann wird er langsamer ich weiß nicht ob man das einstellen kann oder so klein die untergefahren das ist nur nicht auf 100 prozent ab rente und machte man deswegen sieht es immer komisch aus wenn ich nicht ganz perfekt richter machen dann schock darum aber das ist eine kleinigkeit so klein wie dieses schwarze dinger hier vom glück auf die wir sind ja doch jetzt nicht mehr traurig die sind auch süß weil ich habe eine verratenstange ich wollte ja abwehrkraft das ist noch was anderes ja auch mal ein bisschen mehr aushalten können ich mein level ist jetzt nicht so das notwendige momentan aber ich finde immer wenn man jeden gegner besicht der man unterwegs sieht dann hat man meistens genug xp bis bis zu den zeit wo wir hin wollen ja dann braucht man hinterher auch nicht so viel fahren aber ja nur noch 12 k bis nur noch einige werden gar gar nicht erreichen so nach so in ein zwei jahren streaming zeit bei dir sind es nur zwei die motivation und wo auch bei euch kurz 25 oder 20 wie viel habe ich bei wenn schon die 5.000. 5.000 oder wann hast du 10.000? Jo. Vielleicht. Ja. War das A oder B? Ja. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich habe die genauen Summen nicht so im Kopf. Also im Jahr könnte ich mir vorstellen, also das ganze Jahr über. Vielleicht schaffst du es nicht. Außer du bist mega motiviert. Dann geht es auch schneller. Natürlich bin ich mega motiviert, aber das Geld ist trotzdem. Weiß was was schade ist? Man kann, wenn man in den USA lebt, kann man sich Bits durch, also kann man sich Bits erarbeiten. Hier auf Twitch, indem man extra Videos guckt. Ich finde eigentlich, das ist eine coole Funktion. Du guckst einfach ein paar Werbungen an und jedes Mal eine Werbung guckst du halt 1, 2 Scheer-Punkte halt. Auch wenn das wenig ist, aber es wäre nett irgendwie. Da könnte man verfrieden, dass so ein paar dabei mogeln immer. Und dann muss das Portemonnaie nicht so bluten. Irgendwie der am Schafen sehen. Ja, Leute, das ist aber was anderes. Oh, oh. Hier sieht irgendwie unglücklich aus. Hat dir ein Pilz geschnuppert? Nee. Irgendwie ist die... Ich hab... Hab dich, ne? Du bist weg. Ich hab dich, ne? Da seid ihr heute? Ich hab dich, ne? Das ist alles.